Wurfstangen-Akrobatik in Vollendung und Rasanz. Sechs junge Künstler vom Staatszirkus der DDR. Die Morenos! Applaus 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 Meine Damen und Herren, sehen Sie nun ein Aussetzer-Salto Von der Partnerin zur Stange. Der Mittelmann ist meist ein Vertreter des sogenannten starken Geschlechts. In diesem Fall beide Partner junge Damen. Monika und Angela Moreno. Applaus 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 Ich darf nun um Ihre Aufmerksamkeit bitten. Und um absolute Ruhe. Sie sehen einen doppelten Salto-Mortale auf der Wurfstange. Ausgeführt von Angela Moreno. Applaus Applaus Angela Moreno. Angela Moreno. Die Morenos. Applaus Angela Moreno. Angela Moreno. Angela Moreno. Applaus Vielen Dank.